Hier sehen wir unsere deutsche Fachkraft. Schön in Deutschland, ne? Wunderbar, klasse. Viel Kohlekriegen. Klasse, richtig. Zum ersten Mal hat Lina heute ihren Peiniger wieder getroffen. Vor einem halben Jahr ist sie nur knapp einer Vergewaltigung entgangen. In ihrem Handy hat sie noch Fotos davon, wie sie nach dem Angriff aussah. Aber sie will kämpfen und sich nicht verstecken. Wie gesagt, dadurch, dass ich Freunde habe, die mich tagtäglich auf schöne Gedanken bringen, kann ich schon noch einiges leisten und ich hoffe, dass es mit der Zeit immer besser wird. Das ist er, der Mann, der am 22. Dezember 2018 Lina nachts hinterhergelaufen ist. Seit sechs Monaten wartet Lina darauf, dass er endlich vor Gericht steht. Aber ihn zu sehen, war für sie nicht leicht. Es war ganz schlimm, ihn zu sehen. Also ich konnte auch, ich habe ein, zwei Mal versucht, so einen Blick riskiert, wie er sich verhält. Da saß er ja auch mit so einem Kopf unter. Aber es geht nicht, kann ich nicht. Der 22-Jährige aus Guinea hat sie zu Boden geworfen und sich auf sie gestürzt. Lina hat laut um Hilfe geschrien und sie hatte Glück. Zwei Passanten haben sie gehört und ihr geholfen. Der Mann hat mich aufgesucht, also plötzlich und hat die ganze Zeit, also der lief neben mir, hat mich angesprochen, konnte auch kein Deutsch, die ganze Baby, Baby. Und als er mich dann am Arm gepackt hat und so eine Rampe runtergestoßen hat, gewaltsam, habe ich gemerkt, dass das halt ernst wird und dass er mich vergewaltigen will. Ich kann selbst so 50 Meter vom Auto irgendwie zu einer Haustür nicht alleine laufen. Also mittlerweile geht das, aber dann habe ich trotzdem schon mein Schlüsselbund parat, mein Pipa und bin schon auf so einen Angriffsmodus quasi gestimmt. Lange hat Lina auf den heutigen Tag gewartet. Endlich steht ihr Angreifer vor Gericht. Das Urteil gegen ihn lautet zweieinhalb Jahre ohne Bewährung. Für die 24-Jährige ist das eine wirkliche Erleichterung. Ich finde, der Richter hat sich richtig entschieden. Er hat auch erkannt, wie schlimm das ist. Und auch wenn das jetzt nicht zur vollendeten Tat kam, dass nach 30 Sekunden das schon passiert wäre. Warum Lina mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist und dieses Interview gegeben hat, hat einen Grund. Sie will allen Frauen, denen so etwas passiert ist, Mut machen, nicht zu schweigen, sondern genau wie sie zu kämpfen, sich zu wehren und eine Anzeige zu erstatten. Auf diesem Spielplatz in Köthen sollen die beiden Afghanen mit einem Landsmann gestritten haben. Dabei ging es um die Schwangerschaft einer jungen Frau. Als der 22-jährige Deutsche dazu kam, um zu schlichten, sei er geschlagen, zu Boden gestürzt und getreten worden. Der schwerherzkranke Köthener erlitt laut Gerichtsmedizin einen Infarkt und starb kurz darauf in einer Klinik. Die Rechtsmedizin hat aber auch ausgeführt, dass begünstigend bzw. mitauslösend zum einen die durch die Auseinandersetzung hervorgerufene Stresssituation gewirkt haben könne, daneben aber auch die nicht unerhebliche Alkoholisierung des Opfers. Auch die beiden Angeklagten sollen getrunken haben. Nach dem Tod des jungen Mannes hatte es in Köthen Proteste gegeben. Rechte und linke Bündnisse riefen immer wieder zu Kundgebungen auf. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Wochenlang kam Köthen nicht zur Ruhe. Das sorgte auch bundesweit für Aufsehen. Widerstand! 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 Stadt, Kirchen und Land setzten dagegen. Mit eigenen Veranstaltungen gegen Rassismus, für Weltoffenheit. Erst nach Wochen beruhigte sich die Situation. Heute nun ist am Landgericht Dessau-Roslau der Prozess zu Ende gegangen. Ja und vor Ort im Landgericht in Dessau ist jetzt mein Kollege Hanno Neustadt. Hanno, eben wurde das Urteil gesprochen. Wie fällt das Strafmaß aus? Die beiden 17 und 19 Jahre alten Afghanen müssen wegen Körperverletzung mit Todesfolge ein Jahr und fünf Monate bzw. ein Jahr und acht Monate in Jugendhaft. Das sind Strafen im Bewährungsbereich. Einer der beiden Angeklagten aber, der dem Alkohol verfallen ist, der muss zunächst erstmal in eine Entziehungsanstalt, so lautet hier der Richterspruch des Landgerichts Dessau. Wie war denn die Stimmung da im Gerichtssaal, als das Urteil dann verkündet wurde? Nun, hier war von Anfang an ein großes Aufgebot an Polizei und Justizbeamten. Man befürchtete, dass hier vielleicht Demonstrationen aus der rechten Szene stattfinden. Das ist nicht der Fall. Hier sind also keine szenetypischen Leute zugegen. Allerdings war das eine weise Voraussicht des Gerichts. Denn direkt nach der Verkündung des Strafmaßes, ja, da, man kann es nicht anders sagen, da flippten die Angehörigen des Opfers hier aus. Die beiden Brüder, die sprangen auf, beschimpften die Richterinnen, warfen Tische und Bänke um und wollten auf die beiden Angeklagten losgehen und konnten dann nur von mehreren Beamten mit Gewalt gebändigt werden. Also äußerst emotional hier. Und ich stehe auch noch ein bisschen unter Adrenalin, weil das war wirklich eine tumultartige Szene eben hier im Gerichtssaal. Und die Hochteilsverkündung, die musste auch unterbrochen werden. Das kann man nachvollziehen. Noch sind die Türen ja des Gerichtssaals geschlossen. Die Richter, die begründen, glaube ich, immer noch ihre Urteile. Was konntest du da bislang zur Begründung raushören? Nun, eine vorsätzliche Tat, die stand hier von Anfang an nicht im Raume. Das heißt Mord oder Totschlag, die erfordern einen Vorsatz, der konnte hier nicht festgestellt werden. Ja, und dass man den Tod des Opfers des 22-jährigen Markus B in Kauf nahm, das konnte anhand eines medizinischen Gutachtens auch nicht festgestellt werden, weil niemand konnte ahnen, dass der Mann eben einen Herzfehler hatte, der in dieser Situation zum Tod führte. Dementsprechend war das Urteil hier folgerichtig. Und die Urteilsbegründung, die wird jetzt gleich erst fortgesetzt nach diesen tumultartigen Szenen hier eben. Du wirst es weiter für uns beobachten. Hanno Neustadt war das live aus Dessau. Ganz herzlichen Dank. Hanno Neustadt war das live aus Dessau. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. die All of you, all of you, all of you, all of you. All of you, all of you. All of you, all of you.